Heute möchte ich mit euch mal über den Trick reden, den einige von euch offenbar dafür anwenden, um Urlaube zu buchen. Denn ich habe mehrere Anfragen dazu bekommen, ob es rechtlich in Ordnung ist, mit einem VPN-Anbieter seinen Urlaub zu buchen. Fragt ihr euch, what, wie kann man denn mit einem VPN-Anbieter Urlaub buchen? Naja, nicht direkt über den VPN-Anbieter, aber man kann sich ins Ausland begeben über einen VPN-Anbieter, dann auf eine Urlaubsbuchungsseite begeben, zu den Konditionen buchen, die derjenige dort im Land bekommen würde und dann den VPN wieder ausschalten, wenn man will, und dann den Urlaub genießen. Wir schauen uns mal an, wie das technisch funktioniert, machen einen kleinen Testlauf und bewerten diesen Trick dann rechtlich. Darüber kann man übrigens auch Mietwagen und alles andere buchen. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und wenn ihr Lifehacks rechtlicher Art und Weise haben wollt, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Wir sind auf dem Weg zu einer Million Abonnenten. Und dieser Lifehack, der kommt von euch selbst. Denn ihr habt mich gefragt, wie sieht es eigentlich aus, Christian? Kann ich einen VPN-Anbieter nutzen, um meine Urlaubsreisen zu buchen? Ich zeige euch das gleich Schritt für Schritt. Und zunächst mal erkläre ich kurz, was VPN ist. VPN steht für Virtual Private Network. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, ihr sitzt jetzt gerade in Deutschland, wählt euch erstmal auf einem VPN-Server beispielsweise in Großbritannien ein und von da aus surft ihr dann weiter. Da wird sozusagen ein Tunnel hergestellt, über den dann der ganze Internetverkehr durchgeleitet wird. Man kennt das im Unternehmenskontext, dass man VPNs zum Unternehmen herstellt, aber genauso kann man auch einen Tunnel herstellen in andere Länder. Und solche VPN-Anbieter haben in allen möglichen Ländern Server stehen. Geht ihr zum Beispiel über einen Server in den UK, in Großbritannien, könnt ihr damit dann auch Amazon UK aufrufen, geht auch ohne VPN-Anbieter, aber kriegt vielleicht andere Preise angezeigt. Und ihr fragt euch jetzt, was hat das dann alles mit Urlaubsbuchungen zu tun? Wie hängen VPN-Anbieter damit zusammen? Naja, nicht jeder Kunde wird überall gleich behandelt. Denn es gibt natürlich Länder, reiche Länder wie Deutschland mit einer großen Kaufkraft. Und ja, kommt jetzt ein Deutscher auf ein Urlaubsbuchungsportal, kriegt er einen anderen Preis angezeigt als beispielsweise jemand aus einem ärmeren Land. Und das nennt man Dynamic Pricing oder dynamisches Preismodell. Wird von vielen Online-Sellern genutzt. Und der Hauptpunkt, wonach bestimmt wird, woher jemand kommt, ist die IP-Adresse. Das ist das Hauptkriterium. Und deswegen können diese Händler individuelle Preisstrukturen entwickeln. Für arme Länder günstige Preise, für reiche Länder teurere Preise. Aber es sind nicht nur die Kaufkraft der Länder. Nein, es geht natürlich auch darum, wer hat gerade Urlaub. Also lokale Gegebenheiten. Wenn die ganzen Deutschen zu der Zeit Urlaub haben, werden Flugreisen natürlich teurer. Angebot und Nachfrage. Und insofern kann es sinnvoll sein, den Anbieter, über den man bucht, zwar beizubehalten, aber vorzugaukeln, dass man aus einem anderen Land kommt. Ihr könnt also außer der Datenverschlüsselung, die man bei VPN ja hat, auch entsprechend dann so günstigere Preise haben. Und tatsächlich ist es so, dass die Webseiten der Airlines ganz eindeutig sich anschauen, woher ihr kommt und dann höhere Preise für euch deutsche Raushöpfung. Das ist also auch beim Online-Shopping schon immer mal wieder der Fall. Wenn ihr den Datenverkehr verschlüsselt, dann ist es sowieso auch noch schwierig, für die Airlines festzustellen, weil ihr schon einmal da, zweimal da, dreimal da. Ich weiß, über Cookies können die es vielleicht trotzdem noch sehen, aber zumindest kommt ihr nicht so ohne weiteres. Wobei, genau, die Cookies sind ja dann auf den VPN-Server gespeichert. Also wird es insgesamt schwieriger, für den Betreiber zu schauen, war der schon dreimal da? Und wenn man dreimal da war, dann wird der Preis auch wieder erhöht. Also insofern, auch das ist noch ein weiterer Vorteil. Und teilweise wollen die Fluggesellschaften den Sparendern dann Einhalt gewähren und die schließen Website-Betreiber mit VPN aus im Buchungsportal. Und dann kriegt man eine Fehlermeldung und sagt, hier, über VPN kann man nicht buchen. Also technisch werden die ausgeschlossen. Und dann kann man eben die Buchung über Vergleichsportale vornehmen. Also auch das wäre noch der nächste Trick, wenn ihr beispielsweise bei Germanwings Spanien, wenn es die gäbe, ausgeschlossen werdet und als Spanier da ankommt, dann könnt ihr über einen Preisvergleich wie Skyscanner gehen. Und da komme ich zum Sponsor des heutigen Videos. Naja, das passt natürlich für die Faust aufs Auge. NordVPN. Wenn ihr also den Trick nutzen wollt, mit VPN günstige Angebote im Ausland abzugreifen, dann empfehle ich euch meinen VPN-Anbieter. Das ist NordVPN. Habe ich ja häufiger schon drüber gesprochen. Und die haben mir Sonderkonditionen für euch zur Verfügung gestellt. Wenn ihr unten auf den Link in der Videobeschreibung geht, dann kommt ihr an ein Zwei-Jahres-Paket mit vier Zusatzmonaten und noch einem ordentlichen Rabatt. Aber ihr müsst den Gutscheincode Kanzlei WBS nutzen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das so klappt mit NordVPN und wie man damit dann an günstigere Preise kommen kann. Und am Ende gehe ich dann darauf ein, ob das rechtlich auch alles legal ist. Also hier hättet ihr jetzt eine Skyscanner-Seite, Skyscanner Deutschland. Und man könnte jetzt hier einen Flug aussuchen von Köln meinetwegen nach Palma. Das wäre sozusagen etwas, was ich hier in Deutschland eingeben kann. Suche ich für einen gewissen Zeitraum. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass ich genau das nicht will, dass mir das zu teuer ist, weil ich als Deutscher da ankomme. Also begebe ich mich ins Ausland, beziehungsweise ich gaukele jetzt vor über NordVPN, dass ich ein Spanier bin. Und ich gehe jetzt hier nach Spanien rein und habe jetzt eine Verbindung hergestellt. Und ab jetzt bin ich mit einer spanischen IP-Adresse unterwegs. Also wirklich nur einen Klick. Und jetzt kann ich entweder Skyscanner Deutschland aufrufen, wäre aber da dann sinnvoll, die spanische Seite aufzurufen, zu sagen, ich bin ein Spanier, ich rufe auch die spanische Seite auf und kann dann jetzt hier den Preisvergleich durchführen. Und es passiert nicht immer, es klappt nicht immer in jedem Falle. Vor allen Dingen klappt das auch, wenn man über die Airlines geht. Und dann kriegt man öfter, ja, günstige Preise ausgeworfen. Beziehungsweise manchmal habe ich jetzt hier genau etwas genommen, ohne dass es da überhaupt einen Flug gab. Aber wenn ich jetzt hier beispielsweise von Köln, warum hat er die hier drin? Ja, Colonia, genau. Hat er sogar schön übersetzt nach Palma fliegen möchte. Ist natürlich ein bisschen crazy. Müssen wir mal schauen, ob er da dann irgendwelche Preise hat. Ja, hat also auch direkt Preise. Oh, relativ günstig. Ein Fuffi für den Flug nach Köln, nach Palma. Also, was ich euch damit nur sagen will, es kann, es muss nicht in jedem Fall, aber es kann günstiger sein, wenn man einen VPN-Anbieter nutzt. Und Spanier war jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt natürlich hier auch noch jeden anderen aussuchen und damit in jedes andere Land der Welt gehen und findet damit dann manchmal günstigere Preise. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das denn rechtlich zulässig? Denn wir sind ja immer ein Jura-Kanal und ich muss euch jetzt erläutern, mache ich jetzt hier Scheiß? Habe ich mich hier gerade schon strafbar gemacht, weil ich ein VPN-Anbieter angeschmissen habe? Natürlich nicht. VPN-Dienste sind natürlich per se nicht illegal. Die dürft ihr nutzen. Die Frage ist, ob man, ja, diese Art und Weise des kreativen Vertragsabschlusses, also ich tue so, als wäre ich ein Spanier oder ich wäre gerade in Spanien, ob die erlaubt ist. Man könnte überlegen, ob die den Vertrag wegen Täuschung anfechten, weil sie ja gerne abchecken wollen. Ich möchte nur mit einem Spanier einen Vertrag machen, aber naja, das ist nicht ganz simpel. Also da müsste man sagen, es wäre ein wesentlicher Vertragsbestandteil geworden, dass man eure IP-Adresse abgleichen darf. Sehe ich ehrlicherweise da nicht so. Also, dass man jetzt aus gesetzlichen Gründen irgendwie aus dem Vertrag wieder rauskäme, seitens des Reiseveranstalters eher nicht. Dann könnte man auch, dann gibt es ja noch die Idee, ja, bei Streamingportalen, da war doch was, es könnte doch da eine Rechtsverletzung sein. Ja, man könnte direkt wieder vergessen, Streamingportale, es geht ums Urheberrecht. Selbst da meine ich keine Rechtsverletzung, wenn man VPN nutzt, aber ist eine andere Thematik. Also bei Reisen, Mietwagen und anderen Plattformen sehe ich erstmal keinen gesetzlichen Grund, nachdem man hier euch den Vorwurf machen könnte. Neben den gesetzlichen Regelungen könnte es aber noch vertragliche Regelungen geben. Beispielsweise die Regelung, die AGB der einzelnen Buchungsportale. Möglicherweise sagen die, ja, wir wollen nicht, dass ihr aus dem Ausland bucht. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als in die Buchungsportale selbst mal einen Blick reinzuwerfen. Habe ich natürlich für euch gemacht. Ich bin in die größeren Buchungsportale reingegangen. Zum Beispiel habe ich mir jetzt hier Expedia rausgesucht. Und dann suchen wir jetzt hier bei Expedia mal das Wort VPN. Ja, Null Treffer. Also ich habe jetzt einfach geguckt hier, ob man irgendwas über VPN, ich habe es auch noch weiter überflogen, die sind irre lang, ja. Habe ich also nichts dazu gefunden. Dann habe ich mir weg.de angeguckt, ob die irgendwie was meinen, dass man nicht aus dem Ausland. Nee, auch da gibt es nichts. Dann habe ich mir angeschaut, hier, wie sieht es aus bei Check 24. Ja, auch da Preisvergleich, VPN Null Treffer. Also mit anderen Worten, Holiday Check. Ich meine, das war das gleiche Ergebnis. Auch Null Treffer. Also man kann das jetzt Stück für Stück durchgehen. Ich habe alle möglichen mal gecheckt, aber nirgendwo eine Regelung gefunden, dass in den allgemeinen Geschäftsbedingungen entweder die Vergleichsplattformen oder beispielsweise irgendwelche Reiseveranstalter, wie zum Beispiel hier Avis, ja, gucken wir da mal, VPN, auch nichts, ja. Ob die irgendeine VPN-Nutzung ausgeschlossen haben, finde ich auch nicht. Insofern, ja, entweder die haben das Problem noch nicht gesehen, für die, ja, oder sie sind einfach fein damit, weil die Masse an Menschen, die diesen Trick nutzt, noch relativ gering ist. Insofern sage ich, rechtlich ist daran nichts auszusetzen und einem günstigen Urlaub, vielleicht Skiurlaub, das wäre jetzt das Nächste, was anstünde, steht erstmal nichts im Wege. Für viele Plattformen ist es wahrscheinlich auch viel zu viel Aufwand, das alles nachzuvollziehen. Ich hoffe, der Trick hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst gerne ein Abo da und wenn ihr Ideen habt, was es sonst noch für Lifehacks gibt und ich soll die rechtlich beurteilen, postet es unten in die Kommentare. Fand ich ja mal ganz spannend, dass ich, ja, auf euch reagieren darf. Mache ich sehr, sehr gerne und insofern, ja, hoffe ich, ihr bleibt mir treu mit diesen beiden Videos. Die könnt ihr euch nämlich auch noch reinziehen. Würde mich freuen, jedenfalls, wenn ihr noch ein bisschen dranbleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis dahin.